Jo Leute, was geht? Und jetzt willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen Car Duplication Glitch zeigen. Leider ist der Duplication Glitch nicht solo, das heißt ihr braucht die Hilfe von einem Freund. Dafür benötigt ihr aber kein iPhone-Kennzeichen, das heißt alle Kopien, die ihr erstellt, werden alle saubere Kopien. Ihr benötigt auf jeden Fall eine Basis, in der Basis eine Avenger mit einer Fahrzeugwerkstatt. Und ebenso benötigt ihr eine Arena-Werkstatt. In der Arena-Werkstatt muss ich das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Einfach ein Easy, komplett aufgetunt. Ebenso benötigt ihr noch so viele LLGs, ja so viele Kopien, wie ihr euch erstellen wollt. Und ihr benötigt noch einen Faggio-Roller. Und ja, dann würde ich sagen, lasse auch schon direkt losstarten. Wir begeben uns einfach zur Basis, steigen einfach in irgendein Auto ein, drücken im Steuerkreuz nach links. Dann werden wir mit unserem Freund in die Fahrzeugwerkstatt geladen, drücken einmal Kreis und dann auf X. Als nächstes öffnen wir das Handy, rufen einmal DAX an, einmal den Job anfordern. Wir drücken dann Steuerkreuz nach rechts, um wieder die Fahrzeugwerkstatt zu benutzen. In dem Menü machen wir jetzt nichts, wir warten jetzt bis wir rausgeworfen werden und geben jetzt einfach nur noch Gas. Wir werden jetzt einen unendlichen Black Screen bekommen und da jetzt rauszukommen, einfach den Bot beitreten. Für die Playstation 4 ist das Anawag 2P4 und für die Playstation 5 Anawag 1P5. Einfach beitreten und alle Meldungen, die jetzt kommen, ganz einfach bestätigen. Dann werden wir jetzt unter der Map spawnen, ist auf jeden Fall perfekt. DAX wird uns wieder anrufen, wir machen nichts. Als nächstes werden wir dann sterben und werden dann wieder sichtbar auf der Map spawnen, ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns jetzt zu unserem Auto, wo sich auch der Freund befindet. Wir holen einfach eine Waffe raus und den Freund einmal töten. Unser Freund ist nämlich noch in einem unendlichen Black Screen und wenn wir ihn töten, holen wir ihn aus dem unendlichen Black Screen wieder raus. Wir warten jetzt einmal, bis der Freund wieder spawnen. Sobald der Freund dann gespawnt ist, gehen wir einmal in den Creator. Dort im Creator angekommen, joinen wir unserem Freund einmal zurück. Unser Freund begibt sich in der Zeit schon mal zur Arena. Ja, und dort in der Lobby angekommen, begeben wir uns auch einmal zur Arena. Wir öffnen einmal das Interaktionsmenü, gehen auf Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug anfordern. Wir fordern uns jetzt das Fahrzeug an, mit dem wir eben in die Fahrzeugwerkstatt gefahren sind. Ist das Fahrzeug gespawnt, lassen wir unseren Freund dann wieder in unser Fahrzeug einsteigen. Unser Freund fährt einfach ein paar Meter weg. Wir registrieren uns dann einmal als MC-Präsident. Fordern uns dann einmal ein Fajobike an. Wenn ihr jetzt kein Fahrzeug anfordern sollt, dann ist euer Freund noch nicht weit genug weggefahren. Und ja, ihr werdet jetzt sehen, dass die Fajio nicht spawnen wird. Ist auf jeden Fall perfekt. Wir begeben uns jetzt zur Arena-Werkstatt. Dort wird Arena-Werkstatt angekommen. Steigen wir jetzt einfach in das Auto ein, was wir duplizieren wollen. Wir drücken Steuerkreuz nach rechts. Dort in der Werkstatt angekommen. Einfach irgendwas am Fahrzeug ändern. Als nächstes können wir dann die Arena verlassen. Draußen angekommen, öffnen wir jetzt in der Aktionsmenü Sonderfahrzeuge. Einmal die MOC anfordern. Wir öffnen nun das Handy. Rufen den Mechaniker an. Und bestellen jetzt ein Auto, was wir nicht mehr benötigen. Oder halt einen kostenlosen LG. Weil das Auto, was wir uns jetzt anfordern, das geht auf jeden Fall verloren. Deswegen einfach einen kostenlosen LG nehmen. Wir warten so um die 5 Sekunden. Sagen wir unserem Freund Bescheid, dass er aussteigen kann. Und wenn unser Freund dann jetzt aussteigt, werdet ihr sehen, dass sich jetzt auch das Kennzeichen ändert. Um das Fahrzeug jetzt einfach abzuspeichern, begeben wir uns einfach zur MOC. Hinten reinfahren. Und schon habt ihr die erste Kopie abgespeichert. Ja, wenn ihr euch jetzt noch die zweite Kopie machen wollt, dann müsst ihr euch jetzt nicht nochmal neu verglitschen. Wir bleiben einfach bei der Arena. Ihr fordert einfach wieder das Auto an, womit ihr am Anfang mit eurem Freund in der Basis in die Werkstatt gefahren seid. Lasst dann euren Freund einfach wieder ins Auto einsteigen. Euer Freund fährt dann wieder ein paar Meter weg. Ihr fordert euch dann wieder einen Fatschuholler an. Geht dann wieder in die Arena-Werkstatt. Einfach wieder in den Easy einsteigen. Und die gleichen Schritte wieder holen. Und ja Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Lektor. Lektor lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.